Sie können Ihre Wäsche in dieser platzsparenden Wäschekorbtasche sammeln und transportieren. Die Wäschekorbtasche lässt sich mit den großen Griffen leicht tragen. Wenn Sie die Griffe zusammenfalten, schließt sich der Magnetverschluss oben und es entsteht eine Quick-Drop-Öffnung, durch die sich die Wäsche leicht in die Tasche werfen lässt. Sie können die Klappe oben öffnen und so die Öffnung vergrößern, um Ihre Wäsche wieder herauszunehmen. Die Wäschekorbtasche ist in einer ganzen Palette verschiedener Farben erhältlich und passt daher perfekt in jeden Raum. Die Wäschebox-Tasche hat ein kompaktes, rechteckiges Format, ist 54 cm hoch und 40,5 cm breit, hat eine Tiefe von 30 cm und kann ganz flach gefaltet werden. Und doch hat die Tasche einen beeindruckenden Inhalt von 55 Litern. Außerdem erhalten Sie eine zweijährige Brabantia-Garantie für die Wäschekorbtasche.